Ja, herzlich willkommen beim nächsten Video. Ich möchte über ein cooles Update sprechen von meiner VSCode-Erweiterung, die sich nennt VSCodePythonConfig. Wenn ihr die noch nicht kennt, ich werde die auch gleich beschreiben, ansonsten lohnt sich das Zuschauen trotzdem. Die war ja immer dafür da, dass man von den verschiedenen Tools, die es so gibt im Python, also was wie ISort, Black, Flake8, PyLint und so weiter und so fort, also von den ganzen Tools drumherum zum Formatieren, zum Linden, zum Type-Checking, whatever. Da gibt es ja Config-Dateien und wenn man die jetzt in einem bestimmten Projekt definieren will, müsste man sich die definieren oder aus einem bereits bestehenden Projekt kopieren oder so und das ist ja irgendwie Overhead, den kann man ja automatisieren und genau dafür ist die Erweiterung auch eigentlich da, dass man das cool automatisieren kann. Das heißt, ich kann mal kurz zeigen, was die macht und dann kann ich über die Änderung sprechen. So, sagen wir einfach mal, ich habe jetzt hier einfach irgendein Python-Programm. Ich meine, der Python-Code ist egal, aber ich habe jetzt einfach gerade eine Python-Datei. Ich möchte jetzt aber, dass es ein ernstzunehmendes Projekt wird, wo ich mich auch darum kümmere, dass der Code sauber geschrieben ist, schön geschrieben ist, dass man keine Logikfehler irgendwo hat. Dafür sind diese ganzen Tools ja da. Ein Formatter ist zum Formatieren da, dass es einheitlich ist. Ein Linter ist dafür da, euren Code zu überprüfen nach häufig gemachten Fehlern und ein Type-Checker ist dafür da, dass ihr die Type-Annotations vernünftig macht. Und wie gesagt, jetzt könnte man die ganzen Config-Dateien definieren oder halt von woanders her kopieren, aber jetzt hier in Faust-Code, wenn ihr die folgende Erweiterung installiert habt, also, ja, da könnt ihr meinen Benutzernamen hier eingeben, der ist franek94. Das ist hier die Python-Config-Erweiterung. Und wenn ihr jetzt den Befehl dann ausführt, ja, nehme ich oben hier auf View, auf Command-Palette und dann gibt ihr einfach ein Generate Python-Config. Und da jetzt darauf klickt, werden jetzt hier ein paar Ordner, äh, oder ein Ordner und ein paar Dateien erstellt. Das sind jetzt diese ganzen Config-Dateien für, wie gesagt, die Tools isort, flake8, mypy, black, rough, ja, pre-commit. Hier wird alles definiert, was ein modernes, sauberes, schönes Python-Projekt an Tools verwenden kann, Schrägstrich sollte. Das heißt, dafür ist die Erweiterung erstmal da. Und auch hier, dass ihr zum Beispiel auch die gleichen Settings habt, wie ich sie euch empfehlen würde in Faust-Code zum Beispiel. Ja, aber an sich, ich, an sich diese ganzen anderen Dateien, über die ich gesprochen habe, die haben jetzt auch nichts mit Faust-Code zu tun, sondern sind allgemeine Tools, die ein professioneller Python-Programmierer verwenden sollte. So, was ist jetzt die Änderung, die ich eingefügt habe, über die ich jetzt sprechen möchte? Nämlich ab der, oder seit der Version 2.0.0, habe ich eingefügt, dass ihr zwei Settings habt in dieser Erweiterung. Da kann ich mal kurz hier hingehen. Python-Config. Nämlich Aggressive-Settings und eine Line-Length. Fangen wir mit der Line-Length an. Zum Beispiel bei Black, also beim Formatierungstool, kann man die Line-Length einstellen. Bei iSort kann man die einstellen. Bei Flake-8 kann man die einstellen. Bei Pylon könnte man die auch einstellen, wenn man Pylon verwendet. Tue ich nicht mehr. Da werde ich auch in Zukunft nochmal ein Video machen, was eigentlich viel besser, was die viel, viel, viel bessere Alternative ist. Aber man muss jetzt an fünf Stellen diese Line-Length einmal definieren. Das heißt, man müsste jetzt in diese fünf Dateien gehen, oder an die fünf Stellen gehen und das händisch ändern. Das ist ja auch scheiße. Deswegen habe ich jetzt hier das Setting eingefügt, wo ihr selber euch die Line-Length einstellt. Und je nachdem, welcher Wert hier definiert ist, der wird dann auch in diesen ganzen Einträgen, wie ihr an den beiden Stellen seht, oder auch zum Beispiel hier oder hier, wir haben jetzt wirklich hier vier Stellen, wo man das hätte selber definieren müssen, wird das einfach genommen. Dann, was sind die aggressiven Settings? Kommt dann Agro Berlin vorbei und schlägt ein? Vielleicht, aber jetzt nicht durch die Erweiterung. Sondern man kann ja diese ganzen Linter und diesen Type-Checker MyPy kann man ja so konfigurieren, dass er immer meckert, wenn nur ansatzweise irgendwo ein Problem vorliegt. Das wäre das aggressive Setting. Oder man kann ihn einstellen, dass er nicht alles überprüft. Das heißt, wenn ihr den Haken setzt bei Aggressive Settings, dann kommt er mit einem Brechhammer und hat alles aktiv. Dann ist bei MyPy zum Beispiel hier alles auf True gesetzt, was man machen kann. Das heißt, er überprüft alles. Wenn der Haken nicht gesetzt ist, das heißt, ich setze den mal raus und generiere nochmal die Dateien neu, dann sind hier manche Sachen nicht mehr aktiviert. Das ist die Idee hinter diesen Aggressive Settings. Und das ist auch schon die Änderung, über die ich sprechen wollte. Ist schon eine coole Änderung, würde ich sagen. Und generell ist das sowieso eine coole Erweiterung.